Hallo, ich bin Annika Schleu. Hallo, ich bin Alexandra Bettinelli. Hallo, willkommen zur zweiten Disziplin, dem Schwimm. Heute habe ich Alexandra Bettinelli dabei, die jüngste im deutschen Brauteam. Sie wird uns die Schwimmregel erklären. Schwimmen ist die zweite Disziplin, ihr kommt noch recht hierher. Wie viel Meter schwimmt ihr eigentlich? Im Einzelnen schwimmen wir 200 Meter. In der Staffel wird sich das Land zu teilen, das heißt jeder Schwimm nur 31 Meter. Und das Kunstsystem, die sie folgt aus, zahlt pro Sekunde. Also eine Schwimmsekunde zählt drei Punkte. Und je schneller sie schwimmt, desto mehr Punkte hast du natürlich. Wie schnell schwimmen denn die schnellsten Frauen? Wie schnell schwimmen die schnellsten Männer? Wenn die Zuschauer so eine Vorstellung haben, was hier so ins Wasser gezaubert wird. Die schnellsten Frauen schwimmen um die zwei Minuten und zehn Sekunden. Und bei den Männern liegt die besten Zeit unter zwei Minuten. Das ist wirklich sehr, sehr schnell. Wir haben in allen Disziplinen Fehler, die man machen kann. Was gibt's im Schwimmen, was man so für Fehler machen kann? Was für Strafen gibt es und wie sieht das aus? Ein ziemlich fortaler Fehler ist ein Frühstart. Da wirst du nämlich disqualifiziert und erhält null Punkte für das gesamte Schwimmvergebnis. Das wäre wirklich sehr schlecht. Lieber auch nur mal sicher gehen beim Reinspringen. Somit haben wir bestimmt schon abgearbeitet. Eine der schnellsten Disziplinen im modernen Flusskampf. Weiter geht's dann mit dem Weiten. Und ich verabschiede mich vom Alex. Bitte denn. Danke, hat Spaß gemacht. Danke.